hallo liebe zuschauer ja ich sehe ein bisschen verschwitzt aus das liegt aber nicht daran dass ja schönes wetter ist sondern ich bin heute richtig herangenommen worden freiwillig bin ja noch immer bei winert und man hat sie also hängen lassen mit dem gras schneiden da habe ich denn heute so einen kantenschneider besorgt hier in thailand sehr üblich ist und ihr könnt ihr mal sehen da habe ich dann also hier ich glaube anderthalb stunden habe ich hier gras geschnitten was denn die thais machen natürlich mit dem gras zeige ich euch mal das wird gleich verbrannt jetzt gucken wir mal wo die winert ist also ich muss sagen ich habe eine richtige isan frau die sich für nichts zu schade um im garten zu arbeiten jetzt wird hier ein großband dahint mit den jungen stiefeln das ist sie ich habe gerade schon ein paar handschuhe verpasst ihr seht hier auch hier vorne die freundin die machen mit der hand aber bei uns weiß ich wir haben also 2000 füßler die laufen rum wenn die einen beißen dann geht man anschließend ins krankenhaus oder skorpione giftige haben wir bei uns und da habe ich so ein bisschen sensibilisiert und jetzt hat sie die handschuhe an mein urlaub läuft ein bisschen anders ab als ich gedacht habe ich habe ja schon in dem vorigen film gezeigt was an arbeiten hier ansteht und es ist einfach schade für dieses große haus was aber auch schon in die jahre gekommen ist und man sieht einfach da ist kein handwerker da gewesen da sind abflüsse sind verstopft die elektrik ist miserabel das aussehen und uns macht das super viel spaß und es verbindet auch ich muss sagen jetzt bekomme ich eher das gefühl der verbundenheit wenn man auch was investiert sie sagt das ist auch dein haus dein neues zu hause du hast zwei neue zu hause du hast in samui wo wir uns die meiste zeit aufhalten da muss man gucken was sie da rausholt und dann haben wir eben halt unser winter domizil das ist hier und so lange arbeit ansteht muss ich sagen gefällt mir und langeweile kommt dann sowieso nicht auf ja hier der hintere bereich dieser ist also schon lange nicht mehr geschnitten wurden und jetzt wird er praktisch wieder zurückgeholt in die zivilisation dass man hier hinten auch mal weg gehen kann hier ist auch noch mal ein brunnen habe ich jetzt auch gesehen da unten wie tief wird er wohl sein also knapp fünf meter also schon brackwasser die frauen sind jetzt da hinten zwischen den bananen und schneiden jetzt die alten bananen die also schon bananen stauden hatten oder bananen ab das macht man also einmal haben die bananen da werden die abgeschnitten ja und wir verursachen jetzt hier ein bisschen die umweltverschnutzung pollution ja das ist also hier normal in thailand gerade im isan das große übel ist ja hier oben wenn die die zuckerhof felder abbrennen da geht es ja hier über ganz thailand und wir bekommen ja da unten auch was von mit und da habe ich jetzt vor kurzem noch gelesen dass der government diesbezüglich gilt geld investiert er hat um maschinen zu kaufen die eben halt die zuckerrohr ernten können mit den blättern und dann wird das hinten raus geschmissen gehäckselt und dann wird das untergepflügt und dann ist das so was wie dünger also langsam kommt man kann also jetzt nicht immer thailand verurteilen vor 40 50 jahren hatte da uns auch nicht anders auszusehen da haben wir auch alles verbrannt dem müll da hatten wir ein tiefes loch zwei meter tiefen da haben wir alles reingeschmissen aber die die heutige generation oder die generation davor die kennt das gar nicht mehr wir waren nicht viel besser ich hatte von zu hause den high pressure also den wasser hochdruckstrahl mitgebracht um hier alles sauber zu machen jetzt habe ich aber die pistole dazu vergessen jetzt müssen wir morgen nach home pro fahren dann kaufen wir den gleichen nochmal damit hier alles sauber gemacht wird weil hier im hinteren bereich auch hier überall kommen nicht die tische jetzt sind wie schon mal in einem film sagte so um die 50 60 leute kommen um an der zeremonie teilzunehmen wir sind schon eine ecke weitergekommen innen drin sieht es schon so super aus morgen kommen die möbel aber heute kommt noch was ganz besonderes man hat mich nämlich gefragt ob ich ein hühnchen schlachten kann ich habe erzählt dass ich wie ich noch klein war da durfte ich sogar zugucken wie mein opa ein huhn geschlachtet hat und das ist schon einige jahrzehnte her in der zwischenzeit habe ich schon ja kaninchen mein vater hat mir dabei gebracht wie man kaninchen schlachtet weil wir kaninchen hatten wir haben immer so um die zehn bis 15 kaninchen vorher gehabt in den 60er jahren auch in den 70er jahren hat man noch welche ich habe auch bin auf der jagd gewesen habe schafe mit der windschester erschossen ja die auf dem gelände waren von meinem freund und habe die anschließend auch komplett ausgenommen das war die bedingung von meinem freund nicht nur einfach abknallen sondern anschließend auch verwerten und dann sieht dann eben schon ein bisschen anders aus aber da habe ich keinen ich bin noch aus der generation ich könnte meine familie könnte ich noch ernähren und ich könnte auf die jagd gehen jedenfalls das steht jetzt an die warten jetzt darauf dass das gleich passiert ich weiß nicht ob ich statt filme oder also mein opa hat das so gemacht kann ich mich noch daran erinnern der hatte tun an die füße genommen und dann hatte das durch die luft gewirbelt damit hat also ja betäubt war mehr oder weniger hat er nichts mehr mitbekommen und dann hat er das auf dem ambos gelegen kop ab und dann hat er laufen lassen aber nur ein paar meter und dann war der tun tot so ich will mir jetzt nicht hier in einer näheren umgebung geht sich blöde geben und kneifen werde ich also auch machen und dann doch das anschließend gegessen es ist ja ganz für mich sehr wichtig dass denn anschließend auch einen nutzen da ist indem man es also dieses erjagte oder erlegte denn auch verzehrt und nicht nur aus spaß tötet da halte ich gar nichts von ja mal gucken gleich gerade hat man das huhn gebracht ich hatte ja gehofft dass es mir doch vergessen oder ist zu spät ja und ich habe es erlöst ich habe es vorher betäubt genauso wie mein opa dafür gemacht habe also gedreht und dann sind wir nicht mehr dabei und dann habe ich es getötet und gleich werde zubereitet und heute abend essen muss da liegt es jetzt im tropfen top blutet jetzt aus war sofort tot muss ich eigentlich sagen hat sich gar nicht mehr großartig gewährt wie gesagt wenn es zum eigenverzehr ist okay auf spaß auf keinen fall das huhn wird jetzt für heute abend vorbereitet die nachbarin wovon das huhn ist und die hat es uns gespendet sag ich mal die bereitet es jetzt vor da wenn jetzt die hühner die haare oder die federn gerupft kommt in kochendes wasser ja so geht es eben halt verweich eier ist ja nichts die meinen das fleisch wächst in der tiefen truhe im supermarkt die leben in einer fremden welt alle tiere die vom tisch kommen werden irgendwann mal getötet und gewisse menschen ja wie soll ich sagen können dass die anderen nicht ich will die nicht verurteilen und so möchte ich auch nicht verurteilt werden aber irgendeiner muss ja dafür sorgen dass was auf dem tisch kommt mit den bildern möchte ich mich von euch verabschieden ich hoffe es schmeckt genauso wie partei geil was so viele hier was so was so viele hier essen denkt dran so sterben die hühner hier hallo liebe zuschauer hier ein neuer statusbericht von der baustelle winert und ihr kleines schlösschen was wir so ein bisschen aus dem dornröschenschlaf rausbringen müssen gerade hat sich der möbel waren angesagt in einer stunde ungefähr ist er hier der fährt jetzt in udontani los wir waren also da eben auch schon udontani und haben einen neuen hochdruck wasserstrahlgerät gekauft da hinten der sonemann der ist jetzt noch mit begeisterung dran aber ich glaube der ist so anderthalb stunde ist damit beschäftigt und ich weiß nicht ob da denn noch lust dazu hat udontani ist also nicht um die ecke das muss man gar nicht glauben sondern wir fahren eine gute stunde bis dahin und da bekommt man alle shopping center baumärkte alles ist verhandeln aber man muss sich genau überlegen was man holen muss ja wie gesagt den wasserstrahl das wasserstrahlgerät das wird jetzt gerade gebraucht mein schatzi you clean up the house is the friend mit ihrer freundin wird jetzt das haus innen drin alles sauber gemacht bevor die möbel reinkommen ich habe also heute morgen schon für wasser gesorgt das war also bei ihr schon seit tagen ein problem gewesen wir hatten also kein wasser dann haben wir von der nachbarin das wasser bekommen und derjenige der das reparieren sollte da hat uns auch hängen lassen und dann habe ich mich mal dran gemacht und ich zeige euch das jetzt mal ja da ist der junge mann dran das ist normalerweise eine nachteule es freut mich also dass er auch helfen will er hat jetzt das schöne bei der ganzen sache ist die jungs die brauchen ja ein ergebnis das ergebnis ist hier der helle beton und man braucht gar nichts zu sagen wenn es das schwarz ist hat aber falsch gemacht und das sieht er jetzt selber und er lernt dadurch auch beständigkeit da hinten im garten da ist die wasserpumpe zeige ich euch mal ich habe gerade den buddy mal gefragt ob er auch erlaubt ist dass jemand filmen darf die junge leute sind ja heute manchmal ganz komisch drauf er sagt ja er will sich wahrscheinlich auch mal in youtube sehen dass er da arbeitet den sieht man normalerweise über den ganzen tag nicht der ist nur nacht aktiv hat aber auch keinen job für diejenigen die in deutschland leben und nicht auf dem land die kennen sowas nicht das ist die hauswasserpumpe hat hier fast jedes haus und da ist nichts anderes drin als ein ganz normaler motor hier ist eine kreisel pumpe ich glaube ja da ist also ein gummizahnrad sag ich mal was sie verformt und darüber über hier das wasser hoch bringt das problem war hier dass es nicht funktionierte weil hier irgendwo im system luft angesaugt wird ich muss sagen wurde in der vergangenheitsform das teil war dazwischen wenn ich jetzt mal drehe das sieht man hier ist abgebogen da sind ungefähr dicke sechs meter rohr dran was darunter geht ich sagte glaube ich zehn meter ist das tief was sie da geboren haben und über das gewicht des rohres wurde hier der anschluss abgeknickt und da ist denn luft rein gekommen beim pumpen und die pumpen mögen das gar nicht luft an zu pumpen am zu saugen sondern die brauchen wasser was habe ich jetzt gemacht da unten ist das wasser und wenn man mich mal vermissen sollte bin ich da unten wohl wahrscheinlich gelandet und da gibt es kein entringen mehr das war es denn mit dem florenzkittel und dem youtube-kanal ich habe eine komplett neue leitung eingezogen bis hier bis zu einem flanzstück hier war es ja abgeknickt und was ich jetzt neu eingebaut habe ist dieses teil hier ganz unten am rohanfang da ist ein rückschlag ventil damit das wasser nicht nach unten jedes mal runter sick sickert wenn die pumpe anfängt zu pumpen ich habe also hier einen anschluss gemacht und habe denn hier wasser abgefüllt eingefüllt bis das wasser hier oben stand also die ganze sache stand schon unter wasser in dem rohr und die pumpe die jetzt hier drin ist und die zirkuliert die hat sofort wasser bekommen und war denn aktiv war relativ schnell gemacht nur eben halt die teile besorgen und da kommt das wasser raus in dem brunnenschacht sag ich mal da steht ungefähr fünf meter tief das wasser drin also da haben wir genug wasser der kann sich also so richtig austoben da hinten um das sauber zu machen ich habe gestern erst mal festgestellt wie groß das gelände hier ist wir haben also heute auch schon darüber spekuliert also vielleicht nächstes jahr oder danach das jahr hier auch ein pool zu bauen und da müssen wir dann aber noch ein paar veränderungen vornehmen wie man das sieht da kann man da kann ja kein bagger dadurch und da ist mir in die gedanken gegangen durch den kopf gegangen zeige ich euch mal hier seht ihr denn auch gleich mal die rückansicht ist alles so ein bisschen ja wie soll ich sagen da hinten ist der wassertank und das schmutzige wasser geht denn jetzt da rein und geht in die leitung vom haus das geht ja nicht wir haben also auf samui eine filteranlage mit holzkohle filter und alles ziemlich aufwendig was der vermieter gemacht hat und so was muss auch hierhin aber das ist ein projekt für nächstes jahr jedenfalls das rückansicht von hinten vom haus jetzt sehen wir mal hier rum hier muss jetzt noch alles pico bello sauber gemacht werden bevor wir am 21 jahr unsere gelöbnis feier haben wo die wiener ganz großen wert drauf legt so was ich sagen wollte da ist eine mauer wie ja schon schwer erkennen könnt und da machen wir einen durchbruch der mindestens so groß ist dass da ein bagger durch passt dann kann nämlich der bagger hier rein fahren und da das loch buddeln und auch so kleine lkws wir haben also hier auch die sind haben die größte von dem pick up die man hier tausendfach sieht und die haben hinten eine kleine ladefläche und da kann man dann eben halt die ganze erde rausholen das ist also auch alles in planung wir haben also wir beide haben also sehr langfristig uns das überlegt sie ist daraufhin auch zu der entscheidung gekommen dass ich ja auch wohl der richtige bin und ich fühle mich auch mit ihr richtig gut aufgehoben weil sie eine intelligente frau ist und sowas brauche ich einfach eine frau die nicht mitdenkt die ist falsch bei mir am platz dafür habe ich ja auch sage ich mal meine zukunft geändert und bei ihr sind eben halt so da man also auch langfristig mit ihr etwas planen kann und wir haben schon gesagt dass wir also so bis zu vier monate hier oben uns aufhalten werden in der ersten zeit ist natürlich mit der renovierung vom haus da ist einiges zu machen badezimmer und so die die ganze wasserversorgung das gefällt mir gar nicht so ist auch nicht hygienisch wie ich das gerade gesagt habe dass dieses schmutzige wasser da reingeht und dann in die wasserleitung das kann man noch nicht mal benutzen zum zähneputzen wirklich gesagt das hat so einen komischen geruch das kenne ich also von samui nicht also es gibt auch andere lösungen man kann auch ihren baumarkt fertige anlagen kaufen und da läuft es wohl darauf hinaus weil wenn man so eine kohle filter hat also wenn das wasser oben eingefüllt wird dann sickert das ja durch und dann wird das von da aus in einem tieferen behälter sage ich mal läuft das rein so haben wir es jedenfalls auf kosamui da ist also noch zweieinhalb meter tief noch und 2000 liter fässer sind da drin und von da aus wird das ins haus rein rein gepumpt und dann ist das kristallklar geschmacksneutral kann man glaube ich auch noch trinken so das war erst mal ich muss jetzt rein da ist heute die halterung für den fürs fernsehen angekommen weil die hat hat noch spaß an der arbeit ist ja auch schön ist es kühl mit dem wasser man muss eben halt nur durchhalten das ist die winert ist auch aktiv dahinten hi schatzi you love me you love me not really now ja hier kommt jetzt deutsche ordnung rein bin mal gespannt wie lange das anhält auf jeden fall nimmst es an das kommt auch daher sie hat ja über zehn jahre mit dem europäer mit ihrem ex-mann zusammengelebt auch hier und kennt das aber in den letzten acht jahren ist das schlösschen ein bisschen zu kurz zu kommen sag ich mal so jetzt gehen wir mal rein ich will hier nur im schnelldurchgang durchgehen die küche die hat also auch nötig ist auch 30 jahre alt marschieren wir gleich mal durch da hinten steht mein ganzes equipment so und heute ist folgendes angesagt der kleine bildschirm der kommt da an der wand und da habe ich so eine halterung bestellt jeweller zahler die ausreichend ist bis zu 85 zoll was nächstes jahr hier rein kommt denn sie findet dann auch schön auf dem großbildschirm sich die filme anzugucken und 750 euro kostet das nur kostet der nur also müssen mal gucken geht mal im mediamarkt was ihr für 85 zoll bildschirm bezahlt einiges mehr und über angebote in lazada wie gesagt 29.500 watt hat meiner gekostet und der kommt dann hier an diese wand auch ran so jetzt muss ich die halterung natürlich in die höhe auch bringen für den großen schon damit wir den nächstes jahr austauschen können